Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft wir spielen christmaschaos auf dem mineflex.eu server oder eu.mineflex wie auch immer die heißen auf dem mineflex server so ja ist eine Falle blablabla so dann hoch hier so auch jetzt die Leute die immer vor die Schlaufe so und weiter gehts so komm jetzt geh auf danke so hier kommt nochmal ne Wand ich bin immer noch krank das tut mir immer noch leid ich war auch bei dem jahresrückblick 2016 noch krank aber da habe ich trotzdem aufgenommen so ein switch noch und dann brauchen wir noch die Geschenke wow ernsthaft jetzt jetzt bin ich auch hier so den switch haben wir hier haben wir den switch hier schon boah das ist hier aber gefährlich ja den haben wir hier auch schon gut dann geht es jetzt wieder hoch so so und jetzt bin ich wieder sicher gut und dann schnell jetzt durch auf die andere Seite geht weg und auf der anderen Seite müssen wir noch das present und das und den switch umlegen ne noch die present und damit haben wir das so jetzt geht es hier ab ins Labyrinth so und zwar geht das boah ich sehe jetzt gerade gar nichts ist nicht so feierlich ne hier bin ich falsch glaube ich ich sehe nichts macht das Licht hier an warte mal kurz so so sehe ich nichts so sehe ich jetzt schon mal mehr aber immer noch nichts so ich bin ja wieder da wo ich am anfang war man jetzt bin ich wieder im kreis gelaufen ne okay jetzt hier nicht sein so jetzt noch mal von anfangen also hier 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 so dann einmal hier entlang hier hoch hier lang hier runter hier lang hier lang hier lang hier hoch hier lang dann sind wir jetzt hier das ist gut hier ich wusste ich habe es eben geschafft in der runde davor da hatte ich auch noch sound Bin ich wieder am Anfang, Mann. Ich möchte nicht wieder am Anfang. Boah, das ist echt behindert, dass man hier drin nichts sieht. Hätte ich schon mal irgendwo Lichter aufstellen können, ey. Danke. Das hier, ja, perfekt. So, lass mich jetzt hier raus. Danke. So. Und jetzt das. Oh Gott. Ups. Ja, komm. Warum geht das eigentlich so weit zurück? Das ist so dumm. Äh. Nein. Nein. Nein, ich wollte da noch nicht runterlaufen. Oh, Mann. Ey, das ist doch echt behindert. Also, man müsste die Challenges irgendwie ein bisschen verändern. Zumindest von Jahr zu Jahr. Weil... Es ist schon irgendwie ein bisschen langweilig, dass die jedes Jahr das gleiche machen. Lauf, danke. Lauf. Warum dreht er sich denn genau zu mir? Ich laufe auch immer genau gleich, ey. Warum geht er nicht bei dir in die andere Richtung? Wann? Jump. Wann darf ich ja noch niemals springen? wahrscheinlich wäre es dann zu einfach wenn ich springen nervig so weit nein ja danke komm schon jetzt trifft doch warte oh nein komm schon regeneriert auch regeneriert nein jetzt lass mich doch aus der ecke heraus ja wenn man die durchkehre und nicht alles das ist echt bis jetzt die bilder zu challenge ganz ehrlich bin ich jetzt nur alleine drei leute nur noch und mit drei leuten kannst du dir halt nicht töten ja ganz ehrlich das war's von dieser folge ich hoffe natürlich wie immer das hat euch gefallen wenn ihr anlassen bleibt die sonne geblendet jetzt und das ist scheiße scheiß sonne und dann hoffe ich es hat euch gefallen werden lassen und dann tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal